So, schön, dass ihr wieder reinschaut. Die nächsten Teile sind eingetroffen. Ja, ich glaube, so langsam geht es voran. Okay, schauen wir mal, was alles Neues gekommen ist. Und zwar, ich habe zwei neue Spiegel bestellt. Neue Zündkerze, Bremsbeläge vorne und hinten. Neue Kettensatz. Ja, Spritschutz oder Kennzeichenhalter mit Rücklicht. Der war nämlich bei mir komplett beschädigt. Und nochmal einen zweiten. Ich werde wahrscheinlich einen davon kurzen, damit es einfach ein bisschen besser aussieht. Aber sonst, sie ist immer noch ganz nackt, die Suzuki. Aber mir fehlen jetzt eigentlich tatsächlich nur noch die Düsen. Und dann wird wieder komplett zusammengebaut. Also, da freie ich mich jetzt schon richtig drauf. Und danke an der Steffen. Der hat mir was ganz Besonderes gemacht. Und zwar, der hat mir meine Reifen aufgezogen. Sind die nicht schön? Richtig schön stollig, so wie ihr es eigentlich auch wollt. Das freut mich jetzt. Ja, die Garage sieht immer noch aus wie ein Saustall. Also, da muss ich bald mal aufräumen. Kartons, 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 Teile. Kartons. Das ist echt ein Saustall. Ja, letztes Mal war das Video relativ dunkel. Jetzt habe ich mir mal Licht aufgestellt. Ich hoffe, dass die Bildqualität dann ein bisschen besser wird. Naja, auf jeden Fall. Danke fürs Reinschauen. Und bis zum nächsten Video. Danke fürs Reinschauen.